Wie ich mir unsere Zukunft vorstelle, da müssen wir erst mal im Her- und Jetzt anfangen. Über drei Millionen Kinder leben mittlerweile in Armut und junge Menschen finden überhaupt keine Wohnungen mehr, während einige wenige immer reicher werden. Die Immobilien, die Auto-, die Waffenkonzerne, die super viel Profit machen und gleichzeitig unsere Umwelt zerstören. Wir leben mitten in der Klimakrise. Unsere Proteste dagegen scheinen überhaupt nichts zu bewirken. Aber wie stelle ich mir denn jetzt unsere Zukunft wirklich vor? Mera25 hat Lösungen für die großen Probleme unserer Zeit. Grüner Wandel durch erneuerbare Energien, ökologische Landwirtschaft und kostenlosen Nahverkehr bezahlt von den wenigen, die sowieso zu viel haben. Ein universelles Lebenseinkommen und Jobgarantien für alle sowie Vergesellschaftung lebenswichtiger Güter. Denn unsere Ressourcen müssen wir gemeinsam bewirtschaften und gemeinsam besitzen. Und wir werden uns von niemandem einreden lassen, dass dafür kein Geld da sei. Mit Mera25 stehe ich für diesen Wandel. Am 9. Juni bei der Europawahl Mera25 wählen. Machst du mit?